Musik Mein Ziel ist es, dass die Schüler über ein Schuljahr bei der Stange bleiben und dass sie nachher einen Erfolg haben. Sprich, dass wir das auch tatsächlich fertig bekommen und sie sehen, dass sie etwas schaffen können. Was erwartest du dir vom Bootsbau-Projekt? Ja, weil es spannend ist, etwas selber herzustellen, etwas Großes. Dass wir das halt schnell zusammen fertig machen und dann mit den Kanus auf den Rhein fahren können. Da, ich schließe doch. Mit der... Ja, ich weiß nicht. ...Sie... ...Ger... Was ist der erste Arbeitsschritt? Aufreißen und zuschneiden. Ja, wir haben es. Ja, ähm... Ich will euch das erklären. In Holz, man nimmt eine Reißnadel, das ist sowas wie ein Stift aus Eisen und macht halt so Linien damit. Also man macht es ja eigentlich mit einem Bleistift so Linien und das ist halt, hat vorne eine Spitze, eine Eisenspitze und macht dann halt so Ritzel in das Holz. Zur nächsten Stunde habt ihr alle fein, salberlich die Arbeitsanleitungen und die Werkzeuge aufgelistet, ja, dass ich mir das angucken kann. Ihr habt alle eine Mappe mit, du hast deinen Stuhl reinget und dann nochmal alle bitte pünktlich. So, jetzt ist es los. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. 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 Tschüss. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020